Oh, hallo, und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Das ist das allererste VR-Video auf meinem Kanal, den man sieht. Damn, dieses VR-Erlebnis. Der Ortierungsverlust ist für mich heftig. Er hat ihn! Komm, hör einfach! Oh mein Gott! 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 Es war in diesem Moment, dass er nicht lebt. Er hat ihn. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Jungs, wir haben da keine Dekke Schimm. Oh mein Gott! Ich habe so kleine technische Probleme gehabt, wie man heute gesehen hat. Aber jetzt ist es genau von mir oben gesprungen, da bin ich ein Zeh gedrückt. Also... Hey, Gretz! Ooooooh! Ist weg! Oh mein Gott, sind Sie da? Oh, damn! Oh mein Gott! Biel! Wo ist sie? Wo ist sie? Oh mein Gott! Ja! Aua! Ich bin gut! Oh! Wo ist sie hin? Ich kann heal mehr! Noch ein? Oh mein Gott! Kann ich jetzt auch kombinieren? Sorry! Ein Heal! Heal! Oh mein Gott, sie ist da! Oh! Oh.. Was ist sie hier? Jetzt bin ich dritten. Oh! Oh? Die Kette Believe? WIKA 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 Wo ist sie? Was ist denn da? Was ist denn da? Bleib doch nicht los! Bleib doch nicht los! Bleib doch nicht los! Bleib doch nicht los! Bleib doch hier! Oh mein Gott! Oh Gott! Ah, BAC! Aua! Oh, damn! Oh, ah! Ich kann mich auch nicht her! Ich kann mich nicht her! Ich kann mich nicht verletzen. Okay. Damn. All right. Ich bin wieder. Was ist hier? Das ist alles nicht mehr. Holy Crap! Was ist hier? Komm! Hey Gott! Komm! He ist weg! Es ist hier! Aua! Feuerpulsion! Oh mein Gott! Jetzt in der Mouth! Oh mein Gott! Hey Gratts! Oh! Mein kleiner Süßer! Du weißt, ich werde dich schießt nicht wenden! Das bricht der Ärmer eh wie das Herz! Komm mal mit mit mir! Wir werden das klären! Sieg mir! Schaut! Oh, das ist hier kurz. Ah! Ich werde nicht weg schon mal machen! Ich werde nicht weg von oben schießen! Schauen Sie uns rein! Das ist alles doch nicht. Ich bin hier in der Suche Hier hin Hallo, Magret Wo ist denn? Oh mein Gott! WTF? Äh Waaaah Bleib doch einfach tot, ok? Ja Damn Ich hab die Laderne Ich hab keine Munition mehr von irgendwas Oh damn Oh damn Wo soll ich hingehen? Auf speichern? Oh 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 Busitter This is cool I have to set up the heat I have to set up the heat because it is just too early Oh mein Gott Manöre Aua Cool Sieg wieder was So Also Ich spür jetzt so weiter Boah Ist wie eine andere Welt Mit dem BI-HZ-AV-A-Misch Ganz schwummerig, wenn ich ehrlich bin Ich würde jetzt nur noch Zum Abspeichern kommen Alter, die ganze Zeit Boah, endlich kann ich da wieder mal gescheit Auswählen Schau, Rumi Okay, hab gedacht, ich kann jetzt gescheit auswählen So Ist ja schon immer so dunkel gewesen In Auge gefallen Zum Fazit So ein Oculus Bild muss ich sagen Ich glaube Da kocht so viel Echt, das zahlt sie aus Aber die kostet so viel Sicher? Das können wir gerne nehmen In einer Zeit beschlossen Ah, das ist nicht mehr schnell Ich weiß was hinten In der Wand So Drei Da hinten nicht Da oben Da drinnen Stimmt Kraut Da hinten auch Da nirgends Da oben auch noch was gewesen Endlich Da ist die Hilfe Frau Gur Mit der Mutation So Noch einmal Zuerstellen Ben, glaube ich Der hat genug Platz Schon wieder Ja damn Kommilieren Jetzt auch wieder Platz Das ist ja dann Räumen Der hat Ja dann Das ist Das ist Ich weiß Das ist das ist Ich weiß Das ist Ja Du 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 Aber wir sind weg Oben waren wir noch nicht, aber anscheinend ist nur doof So, hinten waren wir noch nicht Oder? Ganz am Anfang waren wir da, sorry Aber da meine ich Pistolenmunition habe ich keinen Platz Das hätte ich aber schon gern Ja, machen wir das Schatzfoto kaputt, das hilft nichts Schauen wir uns das nochmal an Das ist neben Zigarettenstummel Beim Handtuch, bei so einem Ding Und hinten steht auch noch, ich habe hier nettes versteckt Und hinten drauf ist, ich habe hier etwas nettes versteckt Schön, das fahren wir jetzt da weg So Hier habe ich jetzt ein A mit G wechseln So Da können wir eben wieder oben springen Oder Da Ist unten Wie ist das unten Ist das unten Ist denn wie so einer gesprungen Siehst du aber wie einer gesprungen sind Was hat er denn wie reingesprungen? Egal Was hat er denn wie reingesprungen? Egal So So Das geht doch nicht rein Okay Okay Äh Äh Mal kurz auf die Map schauen Zuhause Zuhause nehmen wir die Treppen So So Da Das ist keine Treppe Alter Da Da Bring dir was Jetzt sind wir wieder oben Da 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 können wir was aufsperren Ähm So Sorry Dass ich gerade nicht weiß was weitergeht aber Sorry dass ich gerade nicht weiß was weitergeht aber Ah Ah Bitte Die Treppe haben wir leider keine Ahnung gefunden Jetzt sind wir da rausgekommen gell Ah Das ist das Es gibt ein Erdgeschoss Da man glaube ich hab das gesehen Und oben auch das einzige was wir halt nicht haben ist Die Schublade Okay Ja cool Gehen wir jetzt mal Zu unserem Wohnwagen So Ruft keiner an Speichern wir mal Das heißt wir müssen dann nachher tun Ah jetzt schauen wir mal was wir alles einlogern Irgendwie haben wir nämlich Irgendwie haben wir nämlich Zu viele Items Hier wird jetzt einmal einlogern den Kränschlüssel Den brauchen wir soweit ich weiß nicht mehr Das werden wir oben brauchen Der Festfrischstoff ist cool Ähm Kann man aber leider alles verwenden Dann tun wir mal eine Und den dann tun wir aber auch mal eine So wir haben 5 an dicke Münzen Aber damit wir uns das kaufen Das ist Eine gute Pistole Aber gut Ja Dann würde ich mal sagen Ich hoffe euch hat das so gefallen mit dem VR Erlebnis Wenn ihr mehr VR sehen wollt Dann muss ich auf Weihnachtsmann warten Wenn ihr mehr VR kommt und sehen wollt Schreibt es in die Kommentare Und wenn ihr nichts mehr verpasst wollt Abonniert einfach und bis zum nächsten Mal Servus